Eishockey bei Olympia Die Kanadier mussten Hohn und Sport ertragen, doch nach der bitteren Pleite gegen Deutschland haben sie sich zumindest aufgerafft und Tschechien im Spiel um Platz 3 geschlagen. Rekord-Olympiasieger Kanada hat bei den Winterspielen in Pyongyang zumindest die Bronze-Medaille gewonnen. Nach dem schmachvollen 3-4 im Halbfinale am Freitag gegen Deutschland gewann der neunmalige Olympiasieger das Spiel um Platz 3 gegen Tschechien mit 6-4, 3-1. 0.0, 3.3. Das Endspiel bestreiten am Sonntag, 5.10 Uhr Mates, im Live-Ticker bei t-online.de, Deutschland und die Olympischen Athleten aus Russland, A. Andrew Ebbett vom SC Bern und Chris Kelly von den Ballywellen Senators aus der unterklassigen nordamerikanischen Altrafen für die Kanadier jeweils doppelt. Für Kanada war es die dritte Bronze-Medaille nach 1956 und 1968. Die Tschechen verpassten zum dritten Mal in Serie eine olympische Medaille. Die Kanadier waren nach der ersten Niederlage bei Olympia gegen Deutschland in ihrer Heimat hart kritisiert worden. Das schlechteste Resultat für ein olympisches Team ohne NHL-Spieler landete in einer beschämenden Nacht für das kanadische Eishockey in der Gangnon-Hockey-Arena wie ein Speer in der Magengrube, schrieb die Nationalpost, und der Toronto-Star meinte, es war eine Eishockey-Nacht, bei der es angemessen war, zu schreien. Gegen Tschechen, das die Kanadier in der Vorrunde noch geschlagen hatte, raffte sich das Team vom ebenfalls hart kritisierten Coach Willi des Giardins noch einmal auf. Erst im letzten Drittel machten die Tschechen Druck, nachdem sie schon 1.4 und 2.6 zurücklagen. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.